Ab dem 1. März 2017 ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Salem. Das im Jahr 1992 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Das Objekt befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie drei Tiefgaragenparkplätze. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 103 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 930 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. nochmals unter und dasselgeuse eine Aufrunde mit einem kleinen teethchenkrieg unter Hafen UV- BUR-DAWER MAN diese Dachgeschosswohnungniejähend wie möglich hatte. Vielen Dank.